Herzlich Willkommen zur 10. Folge des Podcasts. Gleich geht der Podcast wirklich los. Nur ganz kurz, die ersten 4 Minuten ungefähr knackt mein Mikro ein bisschen. Das tut mir super viel leid, werde ich wohl meine Aufnahmetechnik umstellen müssen. Ich wünsche euch was, viel Spaß, ab den 4 Minuten ist das Knacken weg. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr den Podcast hört und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, zur Podcast-Folge 10, habe ich mir sagen lassen. Und mit dabei ist natürlich wieder Joe. Ja, grüß dich schon und grüße euch, ihr Leute da draußen, die euch für unseren Podcast interessiert. Es gibt hier schon die 10. Folge und das heißt, uns beiden macht das immer noch riesigen Spaß. Ja, wirklich cool und euch macht das ja auch Spaß und von daher würde ich sagen, mindestens auf die nächsten 10 Folgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir das so durchziehen, aber doch, es passt irgendwie, es macht uns und euch Spaß und da kann man ja eigentlich nicht viel dagegen sagen, oder? Ja, also wir haben jetzt heute die erste Staffel hier abgeschlossen und wir machen eine Verlängerung in die zweite Staffel auf jeden Fall. Genau, davor machen wir aber ein halbes Jahr Pause, wie so eine richtige Fernseh-Staffel-Serie, weil, ne, und dann kommt noch ein Trailer und dies und jenes und jetzt könnt ihr wieder ein halbes Jahr warten. Ja, sag sowas nicht, die Leute glauben das. Okay. Ne, ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, kommen wir doch einfach gleich mal zum Thema so ganz grob. Und heute habe ich mir gedacht, sprechen wir mal ein bisschen über GitHub, ja. GitHub hat letztens seine Jahresbilanz, wenn man so will, gezogen und hat halt so Zahlen veröffentlicht. GitHub wurde ja, ich glaube, letztes Jahr, 2018 war das ja, von Microsoft aufgekauft und seitdem hat sich sehr viel getan, beziehungsweise die Zahlen sind einfach weiterhin gestiegen, gab ja einen großen, großen Aufschrei, ja. Joe, kannst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern, oder? Ja, absolut. Also, wo dann Leute auch am selben Tag gesagt haben, weg von GitHub hin zu GitLab, ne. Ja. Also, das konnte man so in den ersten Tagen und Wochen spüren, oh, jetzt wird alles böse und da können wir nicht mehr bleiben. Und dann wurden ganze Projekte da wegbewegt von GitHub. Also, aber dann kam die Zeit, da hat man eigentlich gar nichts mehr darüber gehört. Da ging es dann, wie du auch sagst, einfach weiter. Ja, ich denke, das war auch nur ein großer Aufschrei von wenigen, die gesagt haben, sie, so, ne, Microsoft ist gar nicht meins, ich will weg von dem und kann man ja auch nachvollziehen, wenn, ne, wenn man da wirklich so super Microsoft-feindig eingestellt ist. Und, ja, ne, aber seitdem, jetzt haben sie wieder um die, oder, ja, die Zahlen sind, glaube ich, stetig gestiegen jetzt von den Jahren her und haben mehr Zuwachs denn je, ja, jetzt haben sie mittlerweile als 40 Millionen Entwickler, die dort drauf angemeldet sind. Wie viele Repositories sind das? Ich glaube, 87 Millionen Repositories oder so. Keine Ahnung, super, super viel. Ne, mehr als 44 Millionen Repositories wurden im letzten Jahr erstellt, ja. Und, äh, alles mögliche, also, sagen wir mal so, das floriert und keucht dort und ist unglaublich, dass, äh, das hat denen eigentlich nichts ausgemacht, diese Übernahme von Microsoft, sondern ich würde sagen, am Ende stärkt sie das wirklich auch nochmal, ja. Also, ähm, zum Beispiel hat jetzt GitHub angekündigt, dass sie den ganzen Code, der auf GitHub momentan verfügbar ist, die ganzen Open-Source-Projekte, die öffentlich sind, ähm, im Eis verschmelzen wollen. Oder halt in, in, nicht verschmelzen, sondern halt ins Eis bringen wollen. In die Arctic Code Vault, äh, nennen sie das. Und, äh, da sind schon viele, viele andere Sachen drin, wie zum Beispiel, was habe ich gelesen? Einmal Dokumente aus dem Vatikan oder Saatgut oder so, ja, ähm, und so jedenfalls halt quasi so ein, so eine Zeitkapsel, wenn man so will, in einem etwas großdimensierten Projekt, dass zum Beispiel auch in tausend Jahren halt die ganzen Open-Source-Projekte immer noch Bedeutung haben beziehungsweise man daraus lernen kann, ja, weil es gab ja viele Technologien, die, ja, mal entwickelt wurden, dann aber vielleicht zum Beispiel durch den ersten oder zweiten Weltkrieg oder sowas halt wieder komplett zerstört wurden. Und das könnte ja bei so GitHub-Servern auch ganz gut passieren. Und, äh, ist wirklich, ich finde es schon, äh, ulkig, dass die jetzt im Eis eingelagert werden. Was ist denn deine Meinung so dazu, Joe? Ja, also, wie du auch schon gesagt hattest, es ist ja teilweise im Laufe der Menschheitsgeschichte, um jetzt mal weit auszuholen, ist ja teilweise durch Kriege, durch Katastrophen, Naturkatastrophen auch, ist Wissen verloren gegangen. Also, man stellt fest, wenn man sich die Geschichte so anschaut, dass immer wieder mal Blüten da waren und dann durch bestimmte Ereignisse ist tatsächlich dieses Wissen verloren gegangen. Also, in der Zeit, wo zum Beispiel alles in einer einzigen Bibliothek gesammelt war. Und dann, dann brennt diese Bibliothek nieder und die nächsten Generationen können dann auf dieses Wissen nicht mehr zurückgreifen. Und ich glaube, also, ich möchte jetzt da nicht zu weit ausholen, aber was jetzt da dahinter steckt, ist, dass man diesen Wissenstand, den man jetzt hat, in diesem Bereich, und das betrifft jetzt nicht bloß Software und so weiter, hast du ja gesagt, dass man das wirklich für die nächsten Generationen konservieren möchte. Also, dass nicht plötzlich wieder irgendetwas eintritt und dann ist alles weg. Also, und diese Idee finde ich gut, weil ich habe schon den Eindruck, immer mehr verlagert sich jetzt in dem Bereich Software und das ganze Leben, das wir haben, ist so computergesteuert. Und damit finde ich aber auch sehr anfällig geworden. Also, irgendwie, mir ist eigentlich teilweise, obwohl ich auch ein Computer-Fan bin irgendwo, sonst wären wir ja nicht hier, du auch, du studierst das auch. Aber irgendwo ist mir gar nicht ganz wohl, dass ich sehe, dass ich eigentlich alles, die ganze Welt macht sich immer mehr abhängig davon, dass Computer und Software funktioniert. Also, wenn da irgendwas ist, aus irgendeinem Grund, dann brechen manche Dinge mit Sicherheit sofort komplett zusammen und sind auch nicht mehr wiederherstellbar. Also, ich bin jetzt kein Katastrophenmahner oder sowas. Aber du weißt, was ich meine. Also, schau dir nur mal den ganzen Flugverkehr an. Also, das ist ja alles computergesteuert letztendlich. Also, da ist ja nichts mehr irgendwie von Hand. Und ich glaube, um das herunterzubrechen auf dieses GitHub, also einfach zu sagen, wenn alle Server der Welt zusammenbrechen, aber wir brauchen irgendetwas, wo wir das noch haben, wo wir Zugriff haben auf das Wissen dieser Welt. Und das finde ich gut. Das ist klasse, ja. Also, unglaublich. Wobei ich mir jetzt so denke, es sind ja auch wahrscheinlich ganz, ganz viele Projekte in GitHub drauf, die halt so Hobbyprojekte sind. Zum Beispiel, ich selber habe auch einen GitHub-Account, habe auch ein paar GitHub-Repositories von Mindtest-Mods. Ja, das ist ja wirklich, was die Welt unbedingt noch in tausend Jahren braucht. Aber trotzdem ist schon witzig, also die haben, soweit ich das gelesen habe, wirklich angekündigt, einfach alle Repositories, die halt momentan existieren und öffentlich sind, ja, da zu konservieren. Ja, ist wirklich eigentlich super witzig. Ja, das ist ja auch so, das bist ja nicht bloß du, sondern es gibt ja Leute, die irgendwelche Konfigurationsdateien da hochladen, einfach zum Austausch und die sagen dann, okay, also ich habe mir, was weiß ich jetzt, um es auf den Linux-Bereich zu bringen, ich habe irgendwelche I3-Konfigurationsdateien und die habe ich mir ausgetüftelt und die stelle ich jetzt hier zur Verfügung. Das könnt ihr euch jetzt runterladen und dann habt ihr exakt meine Dateien. Und natürlich durch solche Dinge, wenn das der Privatmann machen kann, wächst natürlich auch das insgesamt an. Also, aber, ja, und die Sorge, die dann eben da war, warum das damals ein Aufschrei war, dass Microsoft kommt und sich hier sozusagen bedient, ja, weil das ist ja alles offen und dann haben viele Leute auch gesagt, okay, jetzt kommt diese Firma Microsoft und die ist jetzt der Hüter von all diesen Dingen und wer weiß, was die da mit Amt stellen. Und ich glaube, das war der einzige Grund, weil man Microsoft einfach nicht traut. Ja, ja, ist auch berechtigt, finde ich, ja, also, ich habe einen schönen Kommentar auch gelesen, ja, klar, ne, Microsoft hat jetzt GitHub nicht gekauft, um einfach nur der superliebe Papa zu sein, so, ach komm, ja, wir hosten jetzt mal euren Code richtig, wir machen das jetzt mal gescheit hier, beziehungsweise, ja, helfen euch da ganz einfach mal ein bisschen, weil wir einfach so lieb sind, sondern, klar, die haben natürlich finanzielle Interessen, ja, und das ist ja auch vollkommen okay, aber ich denke, das hat auch jede andere Firma in der Hinsicht. Aber mir stellt sich so die Frage, warum machen sie das jetzt unbedingt mit dem Arctic Code Vault? Ist es denen wirklich so wichtig, dass alle Open Source Repositories für die Ewigkeit verfügbar sind? Oder meinst du, das ist eher so ein PR-Ding? Also beides. Also jede Firma muss PR machen, das ist klar. Und das Image von Microsoft ist denkbar schlecht. Also zumindest in der Blase, in der wir uns so bewegen, na, ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, ob das außerhalb auch so ist oder ob es den Leuten eigentlich völlig egal ist, was Microsoft treibt oder nicht treibt. Jedenfalls in unserer Open Source Community kann der Ruf einer Firma kaum schlechter sein als der von Microsoft. Und ich denke, was man die letzten Monate so gesehen hat, das ist ja nicht nur diese Geschichte, sondern auch viele andere Dinge, die da laufen, Microsoft versucht diesen Ruf zu verbessern. Und das ist natürlich ein Stück weit natürlich PR, Promotion. Ja, also wir sind nicht der Teufel, das wollen sie damit ja auch sagen. Ja, das wird natürlich skeptisch gesehen, das ist ja ganz logisch. Also man kann nicht irgendwann sagen, Open Source, Linux, das ist der Krebs und das muss entfernt werden. Und dann sagt man, oh, wir lieben euch. Und die machen jetzt Postings mit so Herzchen-Smiles. Ja, 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 ja. Da ist natürlich die Frage, wir sind ja alle irgendwo kritisch und misstrauisch und sagen, was steckt jetzt da dahinter? Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Also bei Microsoft würde man immer sofort sagen, ist ja schön und gut, was die machen, aber irgendwie da ist was faul. Ich lese das auch in den Kommentaren, immer in meinen News. Es ist ja, ich habe das auch festgestellt, in meinen News-Videos kommt der Name Microsoft immer häufiger vor, obwohl das ja Linux-News sind, aber es ist immer irgendwas, was Microsoft wieder gemacht hat und was einen Zusammenhang mit Linux herstellt. Ja, ist unglaublich. Und dann kommen die Kommentare und meistens ist das, was dann geschrieben wird, negativ. Also, oh, jetzt machen sie den Edge-Browser und nee, das wird jetzt ein Browser, der uns ausspioniert. Da wird überhaupt nicht, also man lässt Microsoft gar keine Chance, sondern es wird jetzt gleich gesagt, den nutze ich nicht, weil dann haben die alle meine Daten. Ja, na ja. Also es ist ein Grundmisstrauen, was Microsoft betrifft. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft von Jahr zu Jahr cleaner wird, beziehungsweise auch in den Köpfen der Menschen sogar schon fast vielleicht am Ende zum Freund wird. Wenn du am Ende die Datenskandale siehst, die Facebook so gemacht hat oder Twitter auch letztens, weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass Twitter da Handynummern und irgendwie sowas, obwohl sie es gar nicht durften oder halt nicht gesagt haben, an Dritte weitergegeben haben zu Werbezwecken. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, oder E-Mail-Adresse waren das auch noch, ja. Eigentlich ein richtiger Datenskandal, ja, haben ein paar Leute getwittert, aber das hat die ganze Twitter-Community nicht interessiert, habe ich irgendwie festgestellt, ja. Das war unglaublich, ja. Aber so, wann war der letzte Datenskandal von Microsoft, ja. Also ich kann mich da jetzt nicht so dran erinnern, ja, also, beziehungsweise hatten sie schon mal einen so großen Datenskandal wie zum Beispiel Facebook in der letzten Zeit oder so, ja. Ich würde sagen, nein, oder? Also ich glaube, der Unterschied zu Twitter und Facebook ist der, dass das deswegen nicht so skandalös ist, weil die Leute, die Twitter und Facebook nutzen, sowieso freiwillig unfassbar viel von sich preisgeben. Also da ist ja, ja, also bei Facebook bin ich mittlerweile eigentlich weg, muss ich sagen. Bei Twitter bin ich noch und allein die Follower, die ich habe, und man sieht ja dann, was die retweeten und was die selber posten und so weiter, also das schaue ich mir dann ja an, was sind das eigentlich für Leute. Und ich bin teilweise überrascht, beziehungsweise entsetzt, was die aus ihrem Privatleben preisgeben, freiwillig. Also, und deswegen ist es ja dann wahrscheinlich, haben die zu Twitter und Facebook ein ganz anderes Verhältnis. Also sie sind ja eigentlich, ich meine, wenn dann jemand sagt, okay, Twitter hat jetzt deine Telefonnummer weitergegeben oder deine E-Mail-Adresse und ich habe dreieinhalb Jahre mein gesamtes Privatleben inklusive Fotos hier bei Twitter und Facebook ausgeschüttet, dann juckt es die Leute wahrscheinlich nicht so sehr. Ja, also könnte ich mir vorstellen. Und bei Microsoft, die sind so lange auf dem Markt und das ist, das ist einfach ein, ein Feindbild, das hat sich über Jahre aufgebaut. Da muss auch nicht mehr hinterfragt werden, sind die tatsächlich so schlimm, sondern Microsoft ist einfach böse. Bill Gates kann auch machen, was er möchte. Das ist ja einer, der, der sich auch wirklich für vernünftige und gute Sachen einsetzt, auch mit seinem Vermögen und so weiter. Das wird aber überhaupt nicht honoriert. Also das, ich meine, ich bin jetzt da nicht unkritisch, nicht falsch verstehen, aber man muss das auch schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also es ist, glaube ich, Microsoft ist nicht nur böse. Also Microsoft hat uns ja auch viel gebracht. Also vieles, was auch in der Open-Source-Welt passiert und passieren konnte, hat ja auch Wurzeln. Also schau dir einfach mal den Desktop an, den wir alle benutzen. Das ist Windows, also letztendlich abkopiert, gekupfert. Ja klar, ja klar. Wobei ich denke, Microsoft wahrscheinlich das Rad auch nicht erfunden hat. Da waren wahrscheinlich eine ganz kleine Firma, die sie dann aufgekauft haben und so gesagt haben, euch brauchen wir. Aber gut, ist ja, ist ja, ist ja Marktwirtschaft, ist ja eigentlich alles okay. Das ist schon so ein bisschen schade, ja, dass dann einfach irgendwelche Sachen aufgekauft werden und so, okay, eure Idee haben wir jetzt gekauft, wir machen daraus jetzt ganz, ganz viel Geld. Und ihr… Du musst aber auch einen Verkäufer geben. Ja gut. Es ist ja nicht so, dass die kommen und sagen, wir zwingen euch jetzt, das zu verkaufen, sondern das hat ja auch teilweise dann den Effekt, dass jemand sagt, oh, das ist toll. Also ich hatte jetzt eine Idee, ich werde jetzt von so einer großen Firma dafür belohnt und den Rest meines Lebens verbringe ich auf einer Karibikinsel in der Hängematte. Ja, ja klar. So ähnlich ging es ja dem, äh, Microsoft, nicht Microsoft, dem Minecraft-Entwickler, ja. Das ist ja unglaublich, das ist jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Jahre her, seitdem Microsoft Minecraft aufgekauft hat und wenn man jetzt am Ende sieht, was Microsoft aus Minecraft gemacht hat, ist ja unglaublich, ja. Die haben ja jetzt nicht nur Minecraft so, dann haben sie, ähm, jetzt soll tatsächlich so eine ähnlich wie Pokémon Go App kommen für Minecraft, der Minecraft World oder sowas, ja. Die schlachten das Schwein wirklich bis zum Ende aus, ja. Und, ähm, Minecraft erlebt ja gerade so einen zweiten Hype, wenn man mal so ein bisschen in die Trends schaut und, äh, das ist wirklich unglaublich, ja, dass, äh, Microsoft, ich hätte nie gedacht, dass Microsoft wirklich noch super viel mit Minecraft am Ende anstellt, weil eigentlich war der Hype ja vorbei, so ein bisschen 2014, 2015. Ich denke, du warst da wahrscheinlich gar nicht so involviert drin, ja, bist wahrscheinlich, äh, da das ein oder andere Jährchen zu weit fortgeschritten, dass dich Minecraft interessiert, denke ich, oder? Ich bin generell jetzt nicht unbedingt der Gamer, aber nicht, weil mich, aber nicht, weil mich Computerspiele nicht interessieren, sondern weil ich irgendwie so viel Zeit vor dem PC verbringe, schon, äh, dass ich in meiner Freizeit jetzt nicht auf die Idee komme zu sagen, und jetzt, äh, jetzt mach ich noch ein Computerspiel zusätzlich, äh, ich will da weg, weißt du, ich will weg von den Monitoren und nicht wieder, äh, fiktive Probleme, äh, lösen, sondern da will ich irgendwas anderes machen. Also, ja, ich war eigentlich noch nie so richtig der Gamer, muss ich sagen. Ja, ich auch noch ab und zu mal, beziehungsweise doch, früher habe ich schon ein bisschen Minecraft gespielt, aber nee, es ist unglaublich, was die jetzt innerhalb den 3-4 Jahren nochmal aus Minecraft herausgeholt haben und, äh, mit dem AI-Zeug, Virtual Reality, Augmented Reality, alles mögliche, ja. Ich glaube, ich könnte, äh, mir tatsächlich auch vorstellen, dass auch irgendwie so ähnlich wie die Lego-Filme dann irgendwelche Minecraft-Filme vielleicht im Kino laufen oder so, und ich glaube, äh, Microsoft, äh, ist noch lang nicht fertig mit, äh, mit der Minecraft-Kuh, die wird, glaube ich, noch ganz gut ausgemolken und, äh, das ist unglaublich, was die daraus ja, äh, geschafft haben, ja, oder auch das, äh, normale Spiel, ja, haben sie auch super gefördert und, klar, sie verdienen damit jetzt auch, äh, jede Menge Kohle und, äh, ich denke, das war am Ende auch natürlich der einzige Grund, ja, weil sie gesehen haben, oh, da können wir viel rausholen und, äh, ja, das ist, äh, schauen wir einfach mal, wie es bei GitHub läuft, ja, also ich glaube auch, dass GitHub, äh, noch lang nicht fertig ist, ja, was sie da alles, äh, vielleicht noch bewegen wollen und, äh, meistens ist es ja auch ganz gut für die, für das Programm oder für, ja, das jeweilige, was sie auch immer aufkaufen selber, ja. Also ich bin immer irgendwie überrascht, wenn Leute sagen, ah, die machen das ja nur wegen Geld, ja, und, und, äh, die, die Wahrheit dahinter ist, ja, es ist, äh, es ist eine Firma, ne, also, ja, ich meine, der Bäcker macht ja auch seine, seine Brezen und sein, sein Brot nicht deswegen, weil er, weil er den Menschen etwas Gutes tun möchte, sondern er hat einen Beruf und er verkauft ein, ein Brot und möchte dafür Geld haben, ja. Ja, er verteilt Brot nicht einfach so, sondern er sagt, okay, ich hab, ich hab hier einen Betrieb und ich hab die und die Ausgaben und, äh, ich möchte die und die Einnahmen haben und am Schluss möchte ich und meine Familie davon leben. So als Mini-Beispiel. Und Microsoft ist auch eine Firma mit so und so vielen Angestellten, also nicht wie ein Bäcker mit, was weiß ich, mit sechs Angestellten, sondern mit Tausenden von Angestellten, die, die Geld verdienen, damit sie für Microsoft arbeiten. Und es ist doch logisch, dass eine Firma wie Microsoft etwas macht, wenn sie jetzt Minecraft kauft, nicht, äh, damit Minecraft in der Welt verbreitet wird, das kann man doch gar nicht erwarten. Also, ich bin da immer überrascht, dass, dass dann gesagt wird, die machen deswegen Geld. Ja, logisch machen die deswegen Geld. Warum denn sonst? Also, das ist eine Firma, ne, ein Autohändler hat auch so. Er schenkt dir ja auch kein Auto, ne? Ja, ich meine, ein Kumpel von mir, der hat eine Autowerkstatt, der macht es ja nicht, damit er der Menschheit was Gutes tut, sondern der repariert Autos, damit er seinen Lebensunterhalt verdient. Ja, also, so ist das eben. Ja, ja. Ist in der Versuchung, mit diesen Daten etwas anzustellen, was nicht in Ordnung ist. Und das ist die eigentliche Problematik, die dann hier in diesem Bereich zutrifft, wenn jemand Geld damit verdienen kann, dass er Daten weitergibt, ja, und sagt, okay, aber das ist eigentlich mein Geschäftsmodell, ja, also, dass ich zum Beispiel Daten an Werbetreibende weitergebe und dann wissen die, welche Kunden sind für mich relevant. Und wenn ein Geschäftsmodell eben darauf beruht, dass man Daten von Menschen nutzt, dann kommen wir eben in einen schwierigen Bereich. Weil dann kann etwas passieren, was nicht in Ordnung ist. Aber das Geldverdienen an sich, ja, also, da muss man meiner Meinung nach schon trennen. Also, Geldverdienen für etwas, was man macht, das ist nicht Negatives. Ja, ist ja. Ja, damit auch am Ende gilt. Gut, sie haben auch in der Hinsicht einen anderen Ansatz oder so oder auch verschiedene andere Open-Source-Firmen. Gut, okay, die sind dann wirklich so ein bisschen nett und schenken dir quasi den Code. Aber den Support sind sie ja auch knallhart und sagen, hey, also, ne, wir geben dir zwar den Code, aber wie du es bedienst, das musst du dann kaufen. So nach dem Motto, ja. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und beziehungsweise, ja, so funktioniert am Ende ja auch ein bisschen die ganze Wirtschaft, in der wir leben, ne. Ja, kann ja gar nicht anders funktionieren. Also, Menschen müssen Geld verdienen, damit sie sich irgendwas kaufen können. Also, das ist das kapitalistische System und wir haben ja eigentlich keinen vernünftigen Gegenentwurf. Also, zumindest keiner, der jemals irgendwo auf der Welt geklappt hätte. Also, und solange das alles ehrlich abläuft, also, ehrliche Ware, ehrliches Geld, ist das ja auch völlig in Ordnung. Solange ist das auch nicht böse, meiner Meinung nach. Ja, und ich denke, das sind die wenigsten Firmen. Auch vielleicht die Firmen, die wir selber in der Linux- und Open-Source-Community etwas kritisch beachten, ne. Oder, also, ganz ehrlich, ich glaube, dass Microsoft sich jetzt schon eigentlich ganz gut mausert, ja. Und, gut, also, deswegen werde ich auch noch kein Windows benutzen oder so. Aber, um ehrlich zu sein, mir ist persönlich schon fast Microsoft lieber als Facebook oder so, ja. Aber, ja, ne. Also, ich muss auch sagen, weißt du, Facebook wird, oder auch Twitter, wird zu Recht bei solchen Skandalen angegriffen. Ja, die geben Daten weiter, alles schön und gut. Aber die viel größere Gefahr bei Facebook sehe ich bei dem, was da gepostet wird, ehrlich gesagt. Also, was da verbreitet wird an Hass und an solchen Dingen, da ist nicht Facebook schuld, sondern das sind Nutzer, die Facebook nutzen, um irgendwelche Botschaften zu verbreiten. Das sehe ich viel, viel kritischer als, ja. Also, wenn man mal, weißt du, die Leute reden immer drüber, da wird nach Hause telefoniert, du kennst ja die Sprüche und so, ne. Aber wo sind denn die ganz konkreten Sachen, die wirklich, von Ausnahmen abgesehen, die wirklich dann mal einen massiven Schaden angerichtet haben, dass der massive Schaden, der durch Facebook entsteht, meiner Meinung nach passiert das täglich durch eine Verrohung und durch eine, wie soll man sagen, Enthemmung der Nutzer. Das ist für mich die eigentliche Gefahr von Facebook, Twitter und all diesen sozialen Netzwerken. Dass einfach Menschen Dinge verbreiten, auch Unwahrheiten, Fake News, das ist alles nicht Facebook, das ist alles nicht Twitter, das sind ganz normale Menschen und das sind, das ist auch nicht Microsoft. Also, Microsoft richtet in der Welt nicht diesen Schaden an, den Facebook-Nutzer anrichten, meiner Meinung nach. Kann jeder widersprechen, aber so sehe ich das. Ja, ist ja auch am Ende eine Firma, die, ja, versucht ihren Ruf zu retten, beziehungsweise wiederherzustellen oder vielleicht auch, wenn man es so sieht, ja, zu halten, ja. Also, ja, wie gesagt, mir ist persönlich, außer bei Windows 10 spezifischen Sachen, jetzt nichts Negatives bei Microsoft in den letzten Jahren an die Ohren gekommen, ja. Also, auch zum Beispiel mit den ganzen Microsoft Office-Produkten oder mit dem Microsoft Edge, ähm, gab es dann nie jetzt solche, ich sag mal, Datenskandale oder die haben ja auch OneDrive, was ja auch, äh, wirklich, denke ich, super viel Nutzer hat. Ähm, ja, hat ja auch gar keine Probleme gehabt, ja, aber tatsächlich auch die anderen, ich sag mal, Firmen in dem Gebiet, wie zum Beispiel Google oder Apple, ja, die hatten jetzt eigentlich keinen großen Datenskandal oder so. Nur Facebook und Twitter sind jetzt zum Beispiel, äh, ja, ein bisschen in die, äh, Fettwanne getapst, ja, auch ansonsten. Halten die sich ja Gott sei Dank alle ganz gut und das, äh, hoffen wir, dass sie nur, also wirklich auch tatsächlich am Ende die Regeln oder die Sachen, die sie versprechen, auch am Ende einhalten und da jetzt nicht irgendwie, ja, trotzdem noch irgendwie hintenrum irgendwas verkaufen. Aber ich denke, das würde dann irgendwann rauskommen, wie zum Beispiel bei Facebook, ja, mit dem Cambridge Analytica oder so. Also, ich denke, das würde am Ende rauskommen und ich glaube, ja, ja, also Facebook ist ja unglaublich, äh, hat ja unglaublich Schaden davon genommen und das ja auch zu Recht, ja, also das, äh, ja. Ja, das, das muss man ja auch sehen, also das Facebook hat jetzt, äh, durch diese ganzen Skandale ja eigentlich nicht viel gewonnen. Also, es, es ist ja nicht clever, sowas zu machen und das wissen diese Firmen auch. Also, wenn man es macht, dann darf es nicht aufkommen, das schaffen die natürlich auch, aber das schaffen auch andere Firmen, auch jenseits von Software- oder Computerbranche. Sobald irgendeine Schummelei oder ein Betrug oder sowas, ähm, das Licht der Öffentlichkeit erblickt, ist es ja nicht positiv für eine Firma, ja, also das hast du ja auch in der Autoindustrie gesehen, diese ganzen Schummeleien mit, mit Abgas-Tests und so weiter, äh, das war ja nicht clever. Also, es, es ist nicht gut, sowas zu machen. Das ist dennoch passiert. Das liegt daran, dass der Mensch einfach so ist, also, dass er gierig ist. Das sind solche Dinge, ne, und das hat aber nichts mit der Branche zu tun. Die, die Leute, die teilweise sowas kritisieren, was die machen, machen das vielleicht selber im Kleinen auch, irgendwie, ne, und schummeln bei der Steuer oder was weiß ich. Ja, und, und dann wird da hingedeutet und wird gesagt, oh, die Bösen da oben. Ja. Also, ich will das jetzt damit nicht verteidigen, nicht, dass jetzt jemand hier kommt und sagt, ich möchte Microsoft oder irgendwelche großen Firmen verteidigen, gar nicht. Sondern, ähm, ich denke, dass die sich schon auch überlegen, ob das klug ist, das zu machen, ja, weil es einfach möglicherweise auch einem Geschäftsmodell schadet. Also, ich, ich denke, Microsoft, ich würde jetzt mal, der Linus Torbalz, äh, hast du ja wahrscheinlich auch gelesen, der unterstellt Microsoft jetzt auch mal, dass sie es gut meinen, ja, der, der hat jetzt einfach mal Vertrauen. Also, ich denke nicht, dass er, also, ich weiß es nicht, vielleicht nicht, dass Microsoft das gut meint, aber dass Microsoft auf jeden Fall jetzt Linux nicht unbedingt den Tod wünscht, ja. Also, ich denke, so ist es besser gemeint. Ich denke nicht, dass sie unglaublich jetzt so meint, ey, Linux, ihr seid so klasse, wir sind eure Freunde ab jetzt. Äh, okay, gut, man muss ja sagen, dass, äh, ja, in den ganzen Posts und so weiter, die sie da machen, wird das ja quasi wiedergespiegelt. Aber ich denke, am Ende, denken sie, sie können beide an Open Source gewinnen oder beziehungsweise Linus Torbalz, beziehungsweise die Linux Community und Microsoft können beide gleichzeitig profitieren. Ja, das, äh, auch, äh, teilweise ein bisschen unvorstellbar ist für den einen oder anderen oder für den einen oder anderen eine Welt zusammenbricht. Aber ja, das ist so, ja, also, zum Beispiel, Microsoft, ähm, hat ja da viel mit Microsoft Azure zu tun. Das ist so eine, ich würde mal sagen, Cloud-Software nicht, aber halt für Unternehmen und so weiter, halt Server-Software am Ende. Ähm, die wollen halt schauen, dass zum Beispiel deren Software richtig mit Linux läuft und so weiter, unterstützen ja Linux auch ganz gut finanziell, ja, arbeiten ja auch noch in der einen oder anderen Sache nochmal gemeinsam. Und das ist ja auch vollkommen okay soweit. Und ich denke, können ja auch beide soweit koexistieren. Und ich glaube, Microsoft selber hat ja auch am Ende jetzt wahrscheinlich schon erfasst, wie hoffentlich wir alle, ähm, auch wenn es ein bisschen hart für uns ist. Aber ich denke nicht, dass wir nochmal so richtig, äh, in die Konkurrenz-Situation mit Windows 10 kommen, beziehungsweise waren wir ja auch nie. Also, ich glaube, Microsoft hat für sich gesagt, okay, das ist halt so eine kleine, komische Gruppe, die müssen wir nicht unbedingt verstehen. Aber die haben da halt hier so eigenes Desktop-Betriebssystem. Na, die ein paar tausend, vielleicht sogar auch Millionen, weiß ich nicht. Ähm, ist denen ja egal, weil, ja, die haben ja da doch nochmal ein paar mehr Nutzer. Und, ähm, ja, Linux und Windows sind ja auch super verschieden und nicht jede, für jeden Nutzer ist ja, äh, Windows auch irgendetwas. Ähm, und, ähm, ja, soweit. Ich denke, profitieren beide davon, arbeiten beide auch mittlerweile ja zusammen. Also, ja, Linus Torvalds ist ja auch teilweise einer, der dann doch etwas mal schroff war. Zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit Nvidia gibt's ja dieses, äh, Meme da. Ich sag jetzt mal nicht den Satz, den er gesagt hat. War jedenfalls relativ hart und tatsächlich eigentlich auch in der normalen Geschäftswelt oder sowas ja auch absolut nicht vertretbar. Aber er hat's halt gebracht, ja. Ähm, und, äh, so ein Typ, der jetzt sagt am Ende, ja, okay, Microsoft ist ganz okay. Und, äh, Linus Torvalds versteht sich ja auch ganz gut mit irgendwelchen verschiedenen Microsoft-Entwicklern und, äh, die verstehen sich gegenseitig so ein bisschen, worauf sie jetzt am Ende wirklich wollen, ähm, woran die beiden aneinander sind und, ja, wie man ganz einfach vielleicht gemeinsam anpacken kann, na, also, und vielleicht dann so ein bisschen gegen andere Dienste gemeinsam vorgehen kann. Wobei ich denke, so krass ist die Zusammenarbeit jetzt Gott sei Dank noch nicht für viele Linux-Nutzer, ja, äh, aber, ja, ne, man will natürlich, ja, beide, an beiden Seiten natürlich weiterkommen. Und das, äh, geht meistens auch, wenn man sich gemeinsam in die Arme greift, ja. Ja, und soweit jetzt, äh, Microsoft nichts verbietet, dass sie jetzt sagen so, ja, beziehungsweise sie können es ja nicht mal, ja, zum Beispiel IBM hat ja auch sehr, sehr groß, äh, seine Finger im Spiel mit Linux gehabt, beziehungsweise hat ja auch super krass unterstützt und es ist keinem Unternehmen bis jetzt gelungen, da wirklich großen Einfluss zu erzielen, dass sich Linux drastisch verändert, weil diese Lizenzen so gut gebaut sind, ja, kann man hier auch nochmal den Richard Stallman loben. Ähm, oder warte mal, ne, basiert die, der Linux-Kernel auf einer GPL? Oder auf, ja, ich glaube schon GPL 2 oder sowas, ne? Ja gut, okay, also ist doch, äh, Richard Stallman, äh, jedenfalls, ja, die Lizenz ist so, ich sag mal, sicher, beziehungsweise hat so viele Lücken ausgemerzt, ja, wo es bis jetzt noch keinem Unternehmen gelungen ist, da irgendwie dann wirklich großen Einfluss zu bekommen. Aber gut, klar, Linux ist auf jeden Fall in der Abhängigkeit von diesen großen Unternehmen, weil sie halt dadurch viel Geld bekommen, ja, beziehungsweise viele Spenden bekommen, ja, und wenn jetzt irgendwie Linux irgendwas machen würde, ja, was dem einen oder anderen großen Spender nicht gefallen würde, dann, ja, haben sie auch mit Konsequenzen zu rechnen in der Hinsicht. Und von daher haben die ja schon einen gewissen Einfluss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo man jetzt sagen würde, okay, äh, damit würde jetzt Linux so einer Firma wie Microsoft wirklich schaden, oder? Fällt dir da was ein? Nein, ich denke, man muss das ganz pragmatisch sehen. Das hat auch nichts mit gegenseitig lieben oder, oder, oder so weiter zu tun, sondern das sind pragmatische Geschäftsentscheidungen. Also, wo man einfach sagt, was bringt es uns und die Gegenseite sagt auch, was bringt es uns. Und, und wenn man auf beiden Seiten Vorteile sieht, dann geht man aufeinander zu. Gut, deswegen muss man sich nicht lieben oder umarmen, ja, so wie das dann, ja, das wird oft so personalisiert, als ob Microsoft eine Person ist und, und Linux ist auch eine, der Tux ist eine Person und die gehen aufeinander zu und umarmen sich. Und dann sagt der Microsoft, den umarme ich jetzt zu Tode. Aber so ist das ja nicht. Das sind einfach pragmatische Entscheidungen. Und vom Desktop müssen wir ja da sowieso nicht reden, weil um das geht es ja überhaupt nicht. Auf beiden Seiten nicht. Es geht um die Serverkomponente. Und da sieht Microsoft Vorteile, wenn man aufeinander zugeht. Und die anderen sehen logischerweise auch Vorteile, wenn man Firmen wie Microsoft, IBM, Google und so weiter ins Boot holt. Und sei es nur wegen Geld. Ja. Also, da sagt man, okay, was bringt uns das? Und ich habe ein Interview gelesen mit, mir ist jetzt der Name entfallen, von Red Hat. Boah, bin ich auch überfragt. Ja, also, aber es war ganz interessant, weil da wurde dann auch gesagt, ja, wenn ihr euch da so diese Firmen ins Boot holt, habt ihr nicht Angst, dass die euch plötzlich überrennen? Und dann hat Red Hat selber nichts mehr zu sagen. Und dann hat der gesagt, schaut euch die Open Source Philosophie an, schaut euch die Lizenzen an. Und eigentlich trifft das das, was du vorhin auch gesagt hast, dann wird euch einleuchten, dass es unmöglich ist, innerhalb der Open Source Welt etwas zu übernehmen. Das geht gar nicht. Selbst wenn Microsoft, IBM oder wer auch immer das wollte, es ist nicht möglich. Die können, sie sind ein Teil. Auch Microsoft ist letztendlich nur ein Teil vom Ganzen. Mehr nicht. Und niemand kann etwas übernehmen. Und das leuchtet mir auch komplett ein. Ja, deshalb, ja. Wie soll es denn gehen? Also, was soll Microsoft denn machen, oder was soll IBM denn jetzt konkret machen, um Red Hat zu übernehmen? Also, was denn? Wie denn? Ja, ja. Nee, das Einzige, was die jetzt natürlich machen könnten, wäre natürlich jetzt irgendwie so ein ganzes Projekt zu forken oder den Linux-Kernel zu forken. Dann können sie ihn weiterentwickeln. Das Problem da ist aber, sie müssen ihn unter derselben Lizenz auf jeden Fall wieder veröffentlichen. Und von daher könnten, wenn die wirklich einen riesigen Vorsprung jetzt zu Linux, zu der eigentlichen Linux-Community haben, könnte die Linux-Community ja schon wiederum dann halt den neuen, ich sag mal, von einer anderen Firma halt, den besseren Kernel quasi forken. Das ist ja der Witz daran. Das ist ja wirklich in der Hinsicht, dass man da, ja, wirklich, keine Ahnung, kann man gar nicht beschreiben. Ja, das halt insgesamt das Beste, ich sag mal, ja klar, wird nichts bringen und ist auch nur so ein komisches Gedankenspiel jetzt von mir. Aber, ja, also sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall meiner Ansicht nach nicht geschehen, dass irgendwie jetzt Linux von irgendwas überrannt wird. Wenn, dann wäre es schon längst geschehen, weil Linux hat mittlerweile so einen großen Stellenwert in verschiedenen Stellen, das ist unglaublich. Zum Beispiel mit dem ganzen Automotive-Grade-Linux, ja, was ich auch immer sagen, mit den Autos und so weiter. Das ist jetzt vielleicht ein Markt, der dem einzelnen Nutzer vielleicht gar nicht erstmal so, ich sag mal, auffällt. Aber ich kann mir vorstellen, das hat ein riesen Potenzial und, ja, es gibt ja noch viele, viele andere Geräte, die auf Linux basieren, viele, viele Serversysteme. Aber, wenn es gegangen wäre, dann wäre Linux, glaube ich, schon von irgendwas übernommen worden, ja, also. Ja, denn es war ja schon wesentlich schwächer, also vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren war das ja viel schwächer. Und da hätte man sich das möglicherweise, wenn man denn gewollt hätte, viel einfacher schnappen können. Aber jetzt ist es ja auch so, dass Linux im Serverbereich auch schon so verbreitet ist und man muss ja auch sehen, da geht es ja jetzt nicht mehr darum, dass man Software verkauft, sondern da geht es ja um die ganze Wartung und um Serviceleistungen, die damit verbunden werden. Und da ist es ja eigentlich egal, was das, was das für Kernel ist und ob der Open Source ist oder nicht. Das spielt ja für so ein Geschäftsmodell gar keine große Rolle, denn man verdient ja letztendlich bei Firmen damit, dass man etwas pflegt. Also, was auch Red Hat macht oder auch Suse und so weiter. Insofern, da sich das ja alles auch in die Cloud verlagert und wir werden ja jetzt noch riesige Umwälzungen sehen in der Zukunft. Da ist ja ein Computergeschäftsmodell anders, als sich das heute darstellt. In 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren schaut ja das ganz anders aus. Da geht es um ganz andere Dinge. Ja, jetzt zum Beispiel plant ja auch die Bundesregierung da gemeinsam mit anderen Ländern so eine Europacloud. Bin ich ja auch mal gespannt, was da rauskommt. Ja, aber, ja, und weißt du, was sehr, sehr schade ist? Unsere Zeit ist ja heute leider schon vorbei. Das ist so schade. Ja, wie immer geht das so schnell. Ja, wobei wir heute ein bisschen früher Schluss machen, weil wir uns zuvor ein bisschen, ich sag mal, ganz ausgiebig unterhalten haben. Was aber natürlich höchst wichtig war und auch gar nicht irgendwie unvermeidbar war. Also, waren ganz, ganz wichtige Dinge und von daher, ja, haben wir heute ein bisschen weniger Zeit für euch. Aber, ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, letzte Woche, ja, war Joe ein bisschen angeschlagen. Ja, ging es halt, war ihm nicht so gut. Ja, mir ging es irgendwie auch vor ein paar Wochen nicht gut oder so. Das kann man natürlich nicht vermeiden, aber vielleicht schaffen wir ja irgendwie einen Ausweichtermin so zu machen, wenn der eine Tag nicht geht, dass wir da vielleicht noch irgendwann anders aufnehmen. Aber das können wir ja dann mal gleich nochmal besprechen, wenn du Lust hast. Jo, also wir wollen ja auch nicht alle zwei Wochen krank sein. Nein, nein. Aber wenn es denn passiert, also, ich denke, da habt ihr auch Verständnis dafür. Vielleicht seid ihr auch mal krank und könnt deswegen unseren Podcast nicht anhören, weil ihr krank seid. Dann geht es euch eigentlich ganz genauso. Und wir können ihn eben dann nicht machen. Ja, klar. Also, wenn ihr krank seid, dann ist halt auch Feierabend. Also, geht nicht. Also, bleibt gesund. Ja, ich hatte ja eben auch, ich will ja da nicht jetzt ins Mikro reinhusten und so weiter. Also, und man hat den Kopf auch nicht dabei. Ja, ja, klar. Also, insofern macht es ja keinen Sinn. Nee, macht auf jeden Fall keinen Sinn. Nee, ich bedanke mich sehr, sehr viel, wollte ich jetzt sagen. Ja, ich bedanke mich einfach fürs Zuhören, Punkt. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, Punkt. Ja, perfekt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war heute vielleicht eine etwas, wie soll man sagen, eine Diskussion, die vielleicht auch zum Nachdenken, anregt. Vielleicht gibt es auch kontroverse Meinungen dazu. Das verstehe ich komplett, weil das wirklich ein sehr schwieriges Thema ist. Da kann man ruhig auch ganz anderer Meinung sein. Schreibt ihr uns auch gerne. Schreibt auch. Das ist völlig in Ordnung. Also, wir alle wissen nicht, was hinter den Kulissen tatsächlich so getrieben wird. Also, das ist vielleicht das Schlusswort noch. Und was die Zukunft bringt, wissen wir auch nicht. Und was, wo vielleicht Gefahren tatsächlich lauern und wo nicht, wissen wir auch nicht. Wir können nur etwas vermuten. Und von daher ist es klar, dass man über solche Dinge verschiedene Meinungen haben kann. Ja, und auch richtig so. Also, es gibt ja nicht die Meinung, wo man sagen muss, Microsoft ist gut und ich liebe Windows. Und ja, seid ihr wahrscheinlich auch etwas anderer Meinung. Wahrscheinlich. Vielleicht ist es eure Meinung. Ist auch okay. Also, ich will auch nochmal betonen, also, bei allem, was ich gesagt habe, es ist nicht so, dass ich unkritisch bin gegen Microsoft oder Google oder IBM oder so. Überhaupt nicht. Ich schaue mir das genau an, aber ich neige auch nicht dazu, Dinge einfach zu übernehmen, weil es eben, ja, weil es eben so gesagt werden muss. Sondern es soll einfach schon auch abgewogen werden. Ja, ist, denke ich, auf jeden Fall richtig so. Ja, würde ich genauso sehen. Ja, und ich denke, dann damit wären wir durch, oder? Ja, wir sind durch und wir verabschieden uns jetzt flott. und wünschen euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Tag und genießt das Leben, Leute. Jo, auch mit oder ohne Microsoft. Ciao. Genau, tschüss. Tschüss.